Wie verändert Yoga mein Leben? Das ist eine der Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Menschen, die mit Yoga beginnen, überlegen sich, ja was passiert, wenn ich Yoga mache? Wie verändert Yoga mein Leben? Kurz zunächst einmal, wie verändert Yoga mein Leben? Wie verändert Yoga dein Leben? Yoga macht dich gesünder. Yoga ist ein gutes körperliches Training. Du wirst mehr Kraft haben, mehr Ausdauer, mehr Flexibilität, mehr Koordination. Dein Körper wird weniger Schmerzen produzieren. Du wirst dich wohler in deiner Haut fühlen. Viele Menschen berichten, dass, nachdem sie mit Yoga begonnen haben, sie sich ein paar Jahre jünger, in jedem Fall lebendiger fühlen. Wie verändert Yoga mein Leben? Magst du dich fragen? Du wirst entspannter sein. Du wirst unter Stress weniger leiden. Du wirst gelassener sein. Yoga hilft, die Verspannungen aufzulösen, die tiefen Verspannungen in den Muskeln, die Verspannungen im Geist. Yoga hilft dir, dass du dich lösen kannst von innerer Unruhe, von Sorgen, von Reizbarkeit oder auch von Niedergeschlagenheit. Yoga aktiviert die Lebenskräfte. Yoga hilft dir, dich wohlzufühlen, zu entspannter, ins Hier und Jetzt zu kommen. Wie verändert Yoga mein Leben? Mehr Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Selbstliebe und mehr Vertrauen in die eigenen Kräfte. Yoga hilft dir, dass du deinen Körper wirklich gründlich spüren kannst und deinen Körper als Quelle angenehmer Erfahrungen wahrnehmen kannst. Yoga hilft dir, das oberflächliche Geblabber des Geistes zur Ruhe zu bringen, in die Tiefe deines Wesens zu gehen und dort Kraft zu tanken. Yoga hilft dir, deine inneren Fähigkeiten zu spüren und zu aktivieren und diese dann auch in die Tat umzusetzen. Wie verändert Yoga mein Leben? Yoga macht dich, also selbstbewusster. Yoga stärkt auch deine geistigen Fähigkeiten. Wer nicht ständig grübelt und Ängste hat, ist mehr in der Gegenwart. Es gibt einige wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Menschen, die Yoga üben, ein besseres Gedächtnis haben, eine bessere Auffassungsgabe, mehr sich auf den Moment konzentrieren, eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben. Und es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Yoga und Meditation sogar den IQ erhöhen kann und dass Menschen, die langjährig Yoga üben, seltener unter Alzheimer oder auch unter Demenz leiden. Wie verändert Yoga mein Leben? Du wirst gesünder, du hast mehr Energie, du hast mehr Ausstrahlung, du bist entspannter, du hast mehr Selbstvertrauen und mehr geistige Kräfte. Gut, wenn du all das hast, dann kannst du dir natürlich denken, das kann auch Nebenwirkungen haben. Wenn du vielleicht bisher die graue Maus warst, du musst wissen, das wirst du vielleicht nicht mehr sein, wenn du Yoga machst. Wenn du bisher immer notgedrungen gemacht hast, was andere dir gesagt haben, es kann sein, dass du das nicht mehr machen wirst. Wenn du bisher dein Partner, deine Partnerin alles bestimmt hast in der Beziehung, es kann sein, dass du dir das nicht mehr gefallen lässt. Und das musst du dir bewusst machen. Yoga, in dem es dein Leben so positiv verändert, gibt dir auch Initiative, die Dinge, die nicht richtig sind, anzugehen. Und da musst du dir bewusst sein, auch das kann Yoga bewirken. Wie verändert Yoga mein Leben? Es kann dir auch einen höheren Sinn geben. Manche Äußerlichkeiten werden abfallen. Du wirst vielleicht kein Alkohol mehr brauchen, nicht mehr rauchen wollen. Du wirst nicht mehr so viel dran denken, was du alles kleiden willst und wie du deinen Kopf schmücken kannst. Du wirst zufriedener mit anderen sein und du wirst tiefere Gespräche führen wollen. Auch das kann Einflüsse haben auf die Menschen, mit denen du zu tun hast. In diesem Sinne sei dir bewusst, Yoga hat auch Veränderungen zur Folge. Aber zunächst mal positive. Und eigentlich für alle Menschen, die ich kenne, die mit Yoga begonnen haben, sind dankbar für all die Veränderungen, die Yoga in ihrem Leben bewirkt haben. Und dann können wir die Veränderungen, die mit Yoga in ihrem Leben bewirkt haben.